ha die allöchen liebe leute und willkommen zurück zu einer weiteren entspannten unterhaltsamen folge tokyo mirror sessions sharp f i ich nehme eigentlich direkt auf seit unserer letzten folge ist nicht viel zeit ge verlaufen für mich und ich muss immer noch daran denken hashiro in schürze das war das war ein glorreicher moment auf jeden fall mamori und toma haben so ihre eigenen meinungen dass joshiro in da mal was zu sagen haben über die charaktere so wie hashiro toma fragt sich schon dass es ein bisschen komisch ist so dass der jetzt bei uns ist auf jeden fall maiko ist jetzt an der reihe die will uns um einen gefallen bitten um einen sehr ganz kleinen klitzekleinen gefallen und dazu müssen wir zum büro gehen ja praktisch dass wir hier schon sind und okay also der hat mehrere anliegen an uns sprechen wir einfach mal um was es geht okay schon wieder schon wieder kater nicht ich bin so gut die und toma was ist mit dem eine wellenlänge warum nicht was für eine idee hat sie im kopf ja ja ok Nein, du bist nicht so, dass du nichts mehr zu tun hast, was du meinst. Ich bin gleich mit diesen beiden. Gibt's auch noch Neben-Story? Okay, dann schauen wir mal. Wie war das? Insofern... Maiko-san... Du weißt ja... Du weißt ja... Du weißt ja... Aber... Heute ist es so gut, aber es ist okay. Und dann... Was soll ich tun? Also... Da ist ein Dampf, ja? Aha... Das sind doch nur vier Dinge, das schaffst du doch auch alleine! Das ist gut, Maiko! Was soll ich sagen? Hey? Okay, ich hab' den O-Tete... Hier... Hier... Uuuuhh! Hahaha! Huuuuuuhhh! Jetzt ist es kein Puss! Komm, komm! Die richtige Reaktion... Entschuldigung, das ist noch ein Scheiß, also nicht zurück! Bitte! Pfffff, okay... Hör, hör... Hey... Betrunkene Maiko ist beste Maiko. Na, gucken wir mal, was haben wir denn? Schönen Box. Es dürfte interessant werden. Okay. Die Debüt-CD? Die tun wir zu den anderen CDs einfach hin, würde ich sagen, oder? Ah, das war Kiria-Dewieh-Dewieh-Dewieh-Dewieh-Dewieh. Das war der Kiria-Dewieh-Dewieh-Dewieh. Also heute ist es auch, dass ich nicht die Kinder. Ich hab auch wirklich geliebene. Aber als Sie sich da, haben Sie schon immer die Erfungspunkt, hat man sich sehr schön gemacht. Oh, das ist ein lindo-jähriger Körbchen. Das ist auch ein Körbchen, oder? Dass auch ein Kiria-Dewieh-Dewieh-Dewieh-Dewieh-Dewieh-Dewieh-Dewieh. Oh, das ist nicht das Kv-System-System. Ah, das ist nicht das Kv-System-System-System. Das ist nicht das Kv-System. Das ist ja das Kv-System. Ach, Daja kann programmieren? Wirklich? Ah ja, Chiki hat das Kv-System aus dem Länge produziert. Genau, genau. Der Tag, wir haben alles mit Chiki verabschiedet. Der Tag, wir haben gerade ein Kv-System-System. Pff, also wie immer. Geil, genau. Nee, überhaupt nicht. Also ich hätte lieber eine Flashback-Szene gehabt, so. Keine Ahnung. Oh Mann. Ich bin schon zurück. Okay. So, was haben wir denn noch so alles? Persönlich Dokumente... Ja, nehmen wir die erstmal. Oder, äh, ne, über, über... Das Personal. Oh, ich bin schon gekommen. Woher gehen wir? Wird kommen? Oh, ich ist gekommen. Oh, ich bin gekommen, ich bin gekommen. Ich bin schon gar nicht zugekommen. Ah, ich bin schon gekommen. Toma-kun hat ihn mit Ekistra gefühlt, oder? Hat er gefühlt? Ja, ja. Er hat ihn mit Ekistra gefühlt. Was sagst du? Er hat mich schon sehr gefühlt. Aber er hat ihn mit ihm geblieben. Er hat ihn mit ihm geblieben. Haha, er hat ihn mit ihm geblieben. Ah, schön. So, ne. Also, da ist auch ein guter Ort von Toma-Kun. Er hat sich vorhin schon angefangen. Ich glaube, es ist auch so viel Lob heute. Das ist ja schön, Hayes. Mehr Lob für mich, bitte. Danke. Voll gut. So, was haben wir denn noch so schönes? Stimmt, eine Zeitschrift. Zassi, TV-Zion. Hm. Woa, natschkaschiiiim! Okay. Ach, da hatte Erie die Döbü gehabt, okay. Das war das Wackiak. Das war das Wackiak. Ich habe das Wackiak gemacht, aber ich habe es in der Dramatik, in der Videobeschreibung, in der Videobeschreibung. Hä? Das ist, 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 das ist. Okay. Okay. So hat er die Döbü, die Pse auf der Videobeschreibung, dann sagst du, dann ist er, ich habe noch. Das ist, das ist, das ist, nicht so. Oh, so schön, so schön! Ich bin bestimmt total stolz. Ich bin so glücklich, weil ich es nicht so verletzt habe, aber Eilin ist ein sehr guter Kind. Ich habe es nicht verletzt. Ah, das ist... Ich habe es gefunden! Was ist das, was ist das? Ah, Bilder von uns und den anderen. Das ist ja... Das ist eine Art Galerie. Fotoalbum. Oh, das ist ja... 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 Du bist ja auch, Herr Paz 9. Fangen wir mal. Oh, grimme jetzt Backstory. Ah, so? Hm. Das war so. Es gab auch die Modelle. Aber ich dachte, ich habe mich daran gedacht. Ich möchte mich, dass ich mich nicht mehr erinnere. Ich möchte mich an die Hälfte und ich möchte mich an die Hälfte bringen. Was ich sehr gut finde, was sie bei Michael sehr gut gemacht haben, sie ist eine verspielte, exzentrische Frau, aber doch mit einem gewissen Sinn für, ja wie soll ich sagen, für Pflichtbewusstsein, also gewisses Pflichtbewusstsein, genau. Und auch ihre ganzen Bewegungen, ihre Gesichtsausdrücke und alles, sie passen einfach sehr gut zum Charakter, das haben sie gut eingefangen. Wirklich? Okay, aber kein Algorol, oder? Ach Gottchen, kriegen wir dieses, oh ne. Okay. Mit ihren Modelbildern. Bildern. Alles klar. Genau. Haha, ich hab's gut gehört, weil ich zu viel zu sprechen habe. Das war's, danke dir heute. Wenn du noch was möchtest, sagst du es dir. Ah, die Team-Mutter, auch so schön. Uh. Ah, jetzt ist unser Item-Maximum gestiegen. Schön. Schön ist das, ja. Praktisch, praktisch. So, jetzt haben wir natürlich erstmal einige Nachrichten bekommen. Hm. Alles klar. So, ich hätte überlegt, ob wir jetzt noch direkt Barrys Geschichte hinterherhängen. Ich denke allerdings, das wird alles ein bisschen knapp in der Zeit. Deshalb lassen wir es bei einer kurzen Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal mit Barrys Nebengeschichte und, ja, mal sehen, was der gute Mann uns noch so schönes von sich erzählen kann. Ich wäre übrigens gespannt drauf, wie es so die Zeit für ihn war als, äh, ja, als Rockstar früher, ne, wo er noch ein bisschen, ne, ein bisschen dünner war und ein bisschen jünger und äh, noch seiner Spitze, seiner Karriere. Hm, das wäre vielleicht einigermaßen interessant zu hören. Aber, ja, sehen wir mal. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.